Moins ist Leute, willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video von mir und es ist tatsächlich so, dass mittlerweile sehr viele Spiele in diesem Spiel Adventure Rank 33, 34 und höher reichen teilweise haben sie jetzt schon in ihren ersten Spielen die 40er geknackt und ich kriege immer mehr die Frage bzw. die Aussage ich habe nichts in diesem Spiel zu tun, was soll ich machen ich habe keine Main Quest mehr, ich habe keine Side Quest mehr ich habe gar keine Quest mehr, ich weiß nicht was ich anfangen soll außer meine täglichen Missionen und das ursprüngliche Hart zu verbrauchen und dann stehe ich halt da und sage mir, ey was mache ich denn jetzt mit mir dieses Video ist für euch, ich hoffe ich kann euch jetzt hier eine kleine Hilfestellung dafür geben, was ihr theoretisch in diesem Game machen könntet um euren gesamten Tag zu füllen, denn wirklich es gibt eine Option die man machen könnte, die sehr Hardcore ist, aber die Option steht euch frei das erste was man machen kann um seinen Tag zu befüllen ist das was wahrscheinlich die meisten Hardcore Spiele da draußen sehr lange und sehr viel machen jeden Tag und das ist das Sammeln von Truhen das heißt ihr könntet theoretisch hingehen und euch auf der Minimap hier bzw. auf der großen Map Truhen markieren, die ihr findet bzw. ihr könntet auch theoretisch für einen Bereich hingehen die interaktive Map am PC im Browser öffnen, gucken wo sind Truhen und euch hier alle Truhen in einer bestimmten Umgebung markieren und dann geht ihr einmal am Tag hin, sucht euch eine Farming Route und klappert all diese markierten Truhen ab das könnt ihr dann entweder zum Beispiel hier oben machen das glaube ich sehr viele könnt ihr das machen ihr könnt das aber auch überall machen, wo ihr lustig seid wo ihr viele Truhen auf der interaktiven Map seht und versucht einfach diese Truhen abzuklappern denn es ist so, dass die Truhen respawnen das passiert nicht auf täglicher Basis das heißt wenn ich jetzt hier morgen hinlaufe, habe ich nicht wieder unbedingt eine Truhe da das System das dahinter steht ist nicht zu 100% bekannt soweit ich weiß, denn aktuell sagt noch jeder was anderes was auf jeden Fall bekannt ist, ist dass das System ein bisschen zufällig ist das heißt, angenommen wir haben hier 10 Kisten und es startet ein neuer Tag dann respawn 3 und das ist halt komplett zufällig welche 3 und am nächsten Tag könnten es die gleichen 3 oder andere 3 sein es scheint wohl relativ zufällig zu sein wir kennen aber die genauen Rates des respawns nicht das ist so ein bisschen die einzige Methode um im Late Game noch euer Abenteuerlevel zu ja, rushen sage ich mal, dadurch dass ihr natürlich alle Mainquests und alle Sidequests gemacht habt ihr dann noch die täglichen Quests spielt, als auch euer ursprüngliches Hartz so ein bisschen verbraucht in den Dungeons oder ähnliches und dann steht ihr halt da und könnt euer Abenteuerlevel nicht weiter rushen mit jeder Kiste kriegt man 10 bis 15 und super viel Trash also meistens 1 Sterne Waffen und ähnliches also eigentlich geht man hin und sammelt nur Müll man ist so ein kleiner Müllsammler und läuft so von Kiste zu Kiste die man sich auf der Map markiert hat ich möchte direkt dafür sagen, das ist eher etwas für das Endgame wenn ihr mit den Animokulussen und den Geokulussen fertig seid wenn ihr diese auf der Map normalerweise markiert das heißt, ich markiere mir hier meine Geokulisse und wenn ich jetzt noch Kisten markieren würde ich habe hier nur 99, die ich mir markieren kann komme ich halt allein schon mit 130 Geokulussen nicht aus das heißt, selbst hier muss ich systematisch vorgehen und muss schon aufpassen, dass ich jetzt weiß okay, hier oben bin ich fertig jetzt kann ich hier alle Datenpunkte löschen weil ich weiß, ich habe hier alle Geokulisse gefunden und so gehe ich Bereich für Bereich ab also denkt daran, Kistenmarkierung am besten erst machen sobald ihr damit durch seid wenn ihr dann aber fertig seid mit dem Kistenfarming und eurer Route, die ihr euch jeden Tag gesetzt habt dann steht ihr wieder da und sagt ja und jetzt habe ich mein Abenteuerlevel ein bisschen gefarmt und ein bisschen gerusht, was mir nicht viel gebracht hat am Ende des Tages außer dass es wieder ein sehr langfristiges Farming ist was mache ich denn jetzt als nächstes und da ist die wahrscheinlich gängigste Option um seinen wirklich gesamten Tag zu füllen sich um seine Hellen zu kümmern was meine ich damit? das Ganze hat zwei, drei Sachen und zwar haben wir ja bei den Hellen sowohl, dass ihr einen Aufstieg habt dafür Materialien braucht als auch, dass ihr Talent habt dafür Materialien braucht als auch, dass ihr Waffen habt die ihr aufsteigen lassen wollt und dafür Materialien braucht fangen wir doch mit dem allerersten und simpelsten an und zwar dem Aufstieg von Hellen der Aufstieg von Hellen braucht neben Materialien die ihr hier aus, ich sag mal, nur mit ursprünglichen Harz farmen könnt auch Materialien, die ihr von Gegnern erfahren müsst und theoretisch könntet ihr diese Gegner beziehungsweise einige von denen triggern indem ihr jeden Tag hier die Elementaranhaufungen spielt ihr braucht dafür auch kein ursprüngliches Harz ihr könnt die abschließen beziehungsweise ihr könnt die hin und die Gegner töten ohne ursprüngliches Harz zu benutzen und meistens sind bei den Elementaranhaufungen auch sehr seltene Gegner bedeutet ihr macht hier das Ganze zweimal für Mondstadt macht hier das Ganze zweimal für Liu habt dazu vielleicht noch ein bisschen euren Battlepass gerust was ganz geil ist wenn ihr sonst die Elementaranhaufungen nicht macht und könnt ihr das gleiche auch theoretisch bei vielen Freunden machen wenn ihr da draußen ein paar Freunde habt mit denen ihr das machen wollt einfach nur die Gegner bei den Elementaranhaufungen zu töten um das Material für eure Figuren zu rushen wäre eine Option, die man machen kann aber eine weitere und wahrscheinlich noch viel bessere Option sind hier die Bosskämpfe die sind allerdings auch täglich begrenzt und das ist die Möglichkeit viele beziehungsweise unendlich viele Stunden für euch am Tag zu füllen bevor ich das aber erkläre einmal ganz kurz Eigenwerbung und zwar streame ich jeden Dienstag, Freitag als auch Sonntag jeweils ab 21 Uhr auf Twitch ich habe da immer über 200 Zuschauer aktuell und bin mega happy und würde mich freuen wenn du auch das nächste Mal dabei bist der Link ist in der Videobeschreibung Freitag geht es wieder weiter um 21 Uhr lass mir da doch gerne ein Follow da und ansonsten habe ich gesehen dass 70% meiner Zuschauer diesen Kanal nicht abonniert haben also lass gerne ein Abo da und wenn dir das Video am Ende gefällt auch einen Daumen nach oben das würde einfach meinen Kanal extrem zu supporten und ich wäre sehr dankbar dafür also was kann man hier den lieben langen Tag machen natürlich wird einem hier auch die Option angezeigt was einem ursprüngliches Harz kostet aber es gibt hier Bosskämpfe die kosten einem kein ursprüngliches Harz das Ganze gibt es sowohl für Mondstadt als auch für Liu und die könntet ihr rein theoretisch wenn ihr wollt jeden Tag abklappern die respawn ein paar Mal am Tag das heißt ihr könnt die mehrmals am Tag spielen sobald ihr zu viel gespielt habt startet hier einen respawn timer den müsst ihr abwarten und dann könnt ihr die wieder mehrmals spielen doch warum lohnt sich das so sehr für Hardcore Player diese Dinger hier abzufarmen die wirklich Bock auf Genshin Impact haben und Bock viel dieses Spiel zu spielen zum einen gibt es die Materialien die ihr braucht um eure Figuren aufzuleveln als auch bei den Figuren die Talente das heißt meistens geht ihr hin macht hier den Aufstieg braucht dafür jetzt beispielsweise hier die Abzeichen als auch dass ihr bei den Talenten der Helden die Abzeichen erneut braucht und das Ganze stapelt sich natürlich wenn ihr mehr Talente stärker leveln wollt hier habt ihr dann immer mehr und mehr und mehr von den Materialien die ihr braucht allerdings wird es vermutlich so sein dass wenn ihr wirklich so Hardcore seid und diese ganzen ich sag mal Bosskämpfe jeden Tag farbt ihr irgendwann die Materialien im Überfluss haben solltet aber wenn wir hier ein bisschen nach rechts scrollen dann sehen wir dass die Bosse auch etwas anderes droppen können und das sind Artefakte sehr viele Spieler da draußen beschweren sich darüber dass wenn sie hier auf die Map gehen und mehr Artefakte haben wollen dass es die ursprüngliche Hardcore kostet in diesem Spiel voranzukommen für die Artefakte ja das stimmt auch soweit wenn man die perfekten Artefakte für sich selber farmen möchte also wenn man das perfekte Gladiator-Teil haben möchte wenn man das perfekte XY-Teil haben möchte lohnt sich das natürlich nicht beziehungsweise braucht man das ursprüngliche Harz aber wenn man das perfekte oder zumindest das halbwegs perfekte Teil erstmal gefunden hat um all seine Helden nach und nach auszurüsten möchte man ja diese ganzen Teile auch aufwerten auf plus 20 ETC und dafür kann man halt diese Bosse farm kann hier hoffen dass die Artefakte droppen da direkte Hinweis die Droprate ist sehr 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 gering dafür ist es halt kostenlos und kostet ein kein ursprüngliches Harz aber ihr habt dann wenn ihr das macht Artefakte um eure Artefakte zu verbessern und so eure Helden zu stärken und so hoffentlich gutes Gear für Spiral Abyss oder ähnliches zu haben also das ist wirklich etwas für die Hardcore Player die viele Stunden in diesem Spiel verbringen wollen und nicht wissen wie sie das tun können spielt einfach diese Bosse und ich hab mir ja gerade gesagt irgendwann kommt ein Respawn Timer also was macht ihr wenn ihr hier in Leo und Mondstadt alle Bosse gefarmt habt ganz einfach ihr sucht euch Freunde und macht mit Freunden weiter bedeutet ihr geht jetzt zu eurem Freund auf die Map fragt hey darf ich eure Bosse farm oder möchten wir vielleicht zusammen die Bosse farm dann geht das Ganze auch noch ein bisschen schneller weil die Bosse schneller down sind bedeutet ihr geht mit euren Freunden hin versucht das hier auch nochmal mit euren Freunden zu machen und wenn ihr keine Freunde dafür habt findet ihr in der Videobeschreibung einen Discord Link dort gibt es extra einen Koop Bereich wo ihr Leute suchen könnt die mit euch das Ganze zusammen machen und dann geht ihr halt über den Koop Bereich bei Leuten rein und spielt dann mit denen diese Artefakte beziehungsweise fragt einfach ey darf ich gerade bei irgendjemandem auf die Map diese Kopfgeldjagd machen viele farmen das nicht täglich dementsprechend sind wahrscheinlich viele bereit dazu zu sagen ja klar farm hier die Kopfgeldjagd wenn du möchtest oder ich farm sie halt mit dir das sind die Optionen die ihr hättet um einfach gratis Artefakte nebenher zu farmen nachdem ihr also die Methode kennengelernt habt mit der ihr wahrscheinlich am besten den gesamten Tag füllen könnt wie gesagt ihr könnt jetzt unendlich viele Freunde besuchen wenn ihr so hardcore seid und ihr könnt darüber quasi 24 Stunden farm solange ihr Leute in dem Discord Server findet oder Freunde habt die das Ganze mitmachen aber ihr könnt jetzt auch hingehen und sagen ey es gibt aber auch noch andere Sachen die ich machen möchte und zwar braucht zum Beispiel der Aufstieg von verschiedenen Helden wenn wir jetzt auf meine Ningguang hier selber gucken dann braucht der Aufstieg von ihr Materialien die es nicht durch Monster gibt sondern die ihr nur auf der freien Wildbahn findet und wenn ihr jetzt mal so eine halbe Stunde am Tag übrig habt geht doch hin guckt auf der interaktiven Map im Web wo finde ich diese Materialien farmt die einmal ab und macht das für verschiedene Helden beziehungsweise für verschiedene Materialien sodass sobald ihr zum Beispiel einen neuen Helden zieht den ihr direkt auf 50, 60 machen wollt oder sobald ich jetzt hier meinen Ningguang auf 60 machen wollen würde ihr die Materialien direkt ready habt und sie nicht mehr farmen müsst dadurch dass sie meistens zeitlich begrenzt sind das heißt ihr könnt am Tag vielleicht dann 15 davon farmen dann müsstet ihr einen Freund besuchen einen Freund besuchen einen Freund besuchen würdet viel Zeit da rein investieren dabei wollt ihr einfach nur euren Helden auf dem nächsten Level spielen wenn ihr eine halbe Stunde übrig habt bereitet euch einfach darauf vor dass ihr irgendwann eure Helden entwickeln könnt und dafür könnt ihr halt die Sanzen auf der gesamten Weltkarte farmen was man im Early Game nicht verstehen wird aber wenn man sich die ganzen Late Game Spiele anguckt was auch sehr sehr wertvoll sind ist das Farmen von Erzen dafür lohnt sich besonders die Ningguang oben links seht ihr auf der Minikarte wird mir das Erz markiert das ich jetzt theoretisch finden könnte natürlich muss ich noch die richtige Höhe dafür finden ich denke mal das ist hier unten bumm hab das gefunden und könnte jetzt dieses Erz hier mitnehmen und würde jetzt so über die Map rumlaufen und versuchen weitere Erze zu finden warum lohnt sich das jeden Tag Erze zu farmen beziehungsweise hier auch ein bisschen was an Zeit reinzustecken natürlich ihr habt zum einen die Option die Waffen zu schmieden aber bei der Schmiede gibt es auch die Option Materialien herzustellen die ihr braucht um eure Waffen aufzuwerten also wenn wir jetzt hier auf das Verstärken der Waffen gucken sehen wir diese Materialien wo ich gerade von dem allerbesten noch 285 Stück hab aber meine beste Waffe ist auch erst Level 60 irgendwann geht die Level 70 oder gar Level 80 und dann wird das hier schon viel 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 teurer ich glaube für das Aufranken von 40 auf 60 braucht ihr auch schon irgendwie zwischen 40 und 60 davon und das wird natürlich mit dem nächsten Level noch Hardcorer und noch anstrengender dementsprechend wenn ihr Erze übrig habt geht zur Schmiede wertet das Ganze jetzt schon um und wenn ihr dann irgendwann im Late Game angekommen seid und im Moment wo ihr eure Waffen verstärken wollt dann habt ihr die Erze einfach schon ready und das ist genau das gleiche wie den Pflanzen ihr müsst jetzt nicht hingehen und erstmal farm, farm, farm und bei der Schmiede darauf warten dass ihr ja täglich ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Erzen verwerten könnt und dann wieder auf den nächsten Tag und nächsten Tag und nächsten Tag und nächsten Tag und dann dauert das irgendwann so lange eure Waffe aufzuwerten stattdessen wenn ihr jetzt schon hingeht täglich ein paar Erze mitnehmt dann seid ihr halt irgendwann sobald der Moment kommt dass ihr zu wenig habt good to go weil ihr dann vielleicht doch schon wieder ein paar mehr gefarmt habt einfach im Vorhinein und das nächste Material schon in der Schmiede fertig ist also definitiv etwas womit man auch so ein bisschen was zu seinem Tag füllen kann falls ihr Hotspot sucht ich glaube Dvalins Ruin hat sehr sehr viele Erze als auch hier dieser Berg aber ansonsten schaut einfach nochmal auf der interaktiven Map oder wenn ihr auch durch die Map rumlauft findet man manchmal auch so kleine Bergspitzen sag ich mal wo dann auch 4-5 Erzteile sind die könnt ihr euch theoretisch auch einfach markieren und dann wisst ihr in Zukunft ey hier muss ich was abfahren beziehungsweise hier kann ich abfahren gehen wenn ich wieder auf Erzsuche bin wenn ihr jetzt noch sagt ich hab immer noch nicht genug von diesem Game ich möchte immer noch was anderes machen beziehungsweise ein bisschen Abwechslung suchen dann könnt ihr theoretisch auch versuchen hier auf die Errungenschaften zu gehen bedeutet ihr guckt einfach welche Missionen gibt es hier sind diese jetzt gerade für mich möglich weil es gibt zum Beispiel sowas wie friere einfach hier friere einfach den Gegner ein das könnte ich super easy nebenher machen würde Urgestein kriegen würde hier mein ganzes Errungenschaft Buch einfach weiterfüllen mit der prozentualen Anzeige was extrem cool wäre und hätte am Ende des Tages so einen kleinen persönlichen Erfolg und diesen persönlichen Erfolg könnt ihr euch theoretisch auch selber versuchen zu jagen indem ihr einfach versucht diese ganzen Errungenschaften zu erfüllen das wäre eine Option man kriegt das alles hoffentlich irgendwann auch nebenher aber wenn ihr keinen Bock habt auf nebenher könnt ihr das jederzeit auch aktiv farm gehen als letzte Option nichtsdestotrotz beste Option die ihr jeden Tag und endlich lange machen könnt sind diese Bosskämpfe und dementsprechend das Farmen von Artefakten das ist das Beste was ihr machen könnt um euren Tag zu füllen um eure Artefakte einfach zu verstärken und so möglichst viele Hayden zu bedienen durch eure Artefakte das ist halt rein theoretisch meine persönliche Empfehlung aber man muss sich halt committen und sich sagen ey es dauert halt viel 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 länger als hier einmal kurz so einen Tempel zu farmen und da super viele Artefakte die wahrscheinlich auch eine höhere Qualität haben mitzunehmen ja über die Bosskämpfe dauert es länger aber es ist über die Bosskämpfe möglich und das ist halt die wichtige Information ihr seid hier nicht zu 100% abhängig von eurem ursprünglichen Harz das seid ihr erst wenn ihr dann das perfekte Artefakt Teil sucht dann seid ihr davon natürlich abhängig aber ja rein fürs Farming rein für euren Dailies seid ihr nicht abhängig davon ihr könnt den Tag auch anders füllen als mit diesem ursprünglichen Harz und deswegen habe ich persönlich auch gerade noch kein großes Problem mit dem ursprünglichen Harz es hat mich bisher noch nicht einmal im Spiel gestört ich weiß dass sehr viele im Endgame stört und ich bin da noch nicht angekommen ich bin gespannt wie es dann ist aber ich bin auch andere Gacha Games gewohnt wo ich dann halt auch nach einer halben Stunde mal ausmachen muss aber dieses Spiel hat halt viele MMORPG Spiele und ähnliche angelockt die das nicht gewohnt sind die das nicht kennen die natürlich 24-7 suchten wollen und vielleicht wäre es ganz cool wenn die auch eine Option haben was sie hier machen können und jetzt habe ich euch zumindest eine Option gegeben die nicht schwierig ist aber die den Tag füllen kann wenn euch dieses Video gefallen hat freue ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben ich habe jetzt erstmal keine weiteren Tipps mehr womit ihr im Late Game noch euren Tag füllen könntet dementsprechend verabschieden wir mich einfach so von euch ich hoffe das Video hat euch gefallen das war es von mir I am Sonius94 SIEGF ich bin Katzen ich bin Katzen ich bin Katzen mir Rotations ich bin Katzen � ich bin Katzen ich bin Katzen das war für dieses Video 大丈夫 also müh ich bin Katzen das war für dieses Video und creator der machen